Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Age of Empires 2, der Achievement-Reihe. Heute machen wir das Achievement mittelmäßig. Schlagen sie in einem 1 gegen 1 Spiel auf Schwierigkeitsmittel einen KI-Gegner. Ja, und ich muss gerade sagen, ich sehe etwas, was ich sehr witzig finde, und zwar Meisterstück. Gewinnen sie allein gegen drei menschliche Spieler. In der HD-Edition habe ich damals mit ein paar Kumpel gespielt. Zwei gegen sechs, und das war im Endeffekt quasi ein 1 gegen 5, weil auf beiden Seiten war einer bei, der das noch nie gespielt hatte. Also quasi ein 1 gegen 5, und damals war ich halt, habe ich tatsächlich gewonnen, also eigentlich würde ich das gerne haben. Naja, aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie irgendwann hin. Ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll, weil, naja, aber wird schon irgendwie funktionieren. Ansonsten machen wir heute mittelmäßig. Das heißt, wir gehen aufs Spiel, machen eine winzige Karte, gehen auf KI-Schwierigkeiten und machen sie auf Mittel. Ja, wir machen, ich glaube, nochmal zufällig, und abschwer würde ich gerne, glaube ich, ein eigenes Volk aussuchen. Aber wir machen einfach mal zufällig. Ich bin die Hindustani. Da werde ich rausgehen und nochmal neu starten, weil die Hindustani wurden komplett geändert, und da das das neue DLC quasi beinhaltet, und ich davon noch gar nichts gesehen habe von den Völkern so gesehen, auch wenn ich glaube, dass das die vorherigen Inder sind, lassen wir das sein. und machen stattdessen lieber eine andere Karte, weil ich nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist. Okay, so, Mittelstart. Die Briten, das ist doch schön. Gegen die Bär, aber nochmal, ist ja witzig. So, zack. So, zack. War doch ein solider Startup. Ist doch okay. Ach ja. Oh, ich liebe Age of Empires einfach, ne? Ist doch witzig, ne? Ist ja eigentlich egal, was du in diesem Spiel spielst. Es ist immer cool, irgendwie. Selbst verlieren ist hier nicht so schlimm, außer es sind halt unfaire Sachen, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eigentlich super, super selten. So, die nächsten gehen an Holz. Boah, ich finde hier ja gerade gar nichts, ne? Ich habe mein zweites Gold gefunden, meine Bären, aber ich sehe hier weder Rehe noch... Okay, mein Main Gold ist hinter mir, das ist eine sehr gute Position. Sehr nice. Auch mein zweites Gold ist eher in meine Richtung, also eigentlich echt gut. Mein Datum. Gefällt mir. Aber... Weder Rehe noch Schwein noch irgendwie Stein oder irgendwas. Greeten? Weiß ich nicht, ob das jetzt gerade so gut ist alles hier. Ah, beide Steine und das Schwein gleichzeitig gefunden. Sehr schön. Greeten? Bullden, Bullden. Zack. Mach danach mal ganz kurz den hier. Okay, aber du durch das Schwein. Meine Rehe habe ich trotzdem nicht gefunden, das ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Wir gehen mal ganz kurz so durch. Passt schon. Und drei, zwei, eins. Zack. Greeten Hunter. So, das passt sehr schön. Greeten Gather Hunter. Du gehst mir das nächste Schwein holen. Da haben wir ihn gefunden. Loll, ne Ziege. Wir machen jetzt ein Ziege. Weil die sind einfach drei Gold aufeinander. Loll, was für ein Lack hat in der Mitte. Zack. Hallo, willst du nicht schießen? Was ist mit dir? Du sollst dir das Schwein anlocken, ey. What the f**k? So, zack und zack. Nein! Ich hatte einen zu viel, es sind ja sieben, nicht sechs. Ja, bitte. Was willst du machen? Das ist doch jetzt ärgerlich. Ich habe gerade eben keine 300 Schweinefleisch weggeworfen oder so. Naja, passiert. Wie bitter. Oh, loll. Ja, Hunter. Achso, ich habe auch so den Hotkey-Dings da, ne? Ja, macht Sinn. Boulden. Uff, jetzt ist natürlich alles ein bisschen kaputt hier. Boulden. Meine Rehe fehlen mir auch irgendwie. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gerade. Haha. Klotz. Ja, ja. Ist Eidelzeit, ja. Jede Eidelzeit ist gut. Da macht man mehr Doppelwohner. Ist auch okay. Aber irgendwie verstehe ich jetzt gerade nicht, wo die Rehe sind. Die müssen eigentlich irgendwo hier hinten abgammeln, oder? Hm. Hauptschwein war jetzt ärgerlich. Menno. Komm du mal bitte ganz kurz mit. Du machst mal ganz kurz da hinten den Hafen. War es nicht genug Holz? Achso. Ich hatte noch nicht genug Holz. Hm. Komisch. Oh Mann, ey. Mandatum. Gadara. 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 Aber trotzdem fehlen mir eine bekackten Rehe. Das kann doch nicht sein. Ready. Das ist gerade nicht gut. Yay. Da muss ich relativ früh in den Dings gehen, weil ich hab mein Schwein versaut. Das ist echt nicht gut. Ach. Jetzt finde ich auch endlich die anderen Schafe. Die waren an den beschissensten Positionen. Ja, der Tierenmangel hat mich jetzt echt ein bisschen, äh, abgefuckt. Du bin ich ehrlich. Ready. Bitch. Bullden. Chopper. Scheiße. Yay. Ready. Chopper. So, zack. Zack und zack. Machen wir nochmal zwei Stück davon, ist ja egal. Und wo sind jetzt die Kackriehe? Das kann doch gar... Ach, lol! Das ist das nicht ein verkackter Ernst, das ist doch direkt Wasser gewesen. Hm. Das ist ja ungünstig, das hätte ich ja alles schon haben können. Naja. Traurig, ey. Richtig traurig. Scheiße. Ja, hab ich ein bisschen reingeschissen deswegen jetzt. Oh, ich hätte so viele Tiere haben können, ne? Hm. Quatsch, hier hinten. Ich brauch ein Tieffischen hier, da. Sehr schön. Okay, 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 okay. Zack, voll da ist ja wieder... Mandatum. Ihr treibt nichts zu tun. Ja, McQuillen. Mandatum. Yay. Das ist schade, aber wir können schon mal hier Goldtacken gehen. Goldtacken. Zack, zack. Und zack. Und zack. Mandatum. Gritten. Chopper. Du machst das da und machst dann hier zu. Goldtacken. Und hier zu. Goldtacken. Ready. Du machst ganz kurz da zu. Goldtacken. Nein, jetzt wird's um. Goldtacken. Goldtacken. Chopper. Machen wir noch ein paar mehr Fischkutter, weil Fisch ist gut. Gritten? Gritten, korrekt. Ihr habt nichts zu tun, das ist ärgerlich, aber ihr geht mal mit an Holz, wir brauchen jetzt gleich viel Holz. Chopper. 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 Sehr schön. Hii. Äh. Hehehe. Eigentlich würde ich jetzt hier in Turm echt feiern, weil hier sind drei Gold. Ich weiß, das ist der Main Gold, das ist ein zweites Gold und das andere zweites. Also das andere, nicht andere zweite Gold, aber es gibt halt ein Gold, was halt quasi noch ein bisschen weiter weg vom Dorf ist normalerweise. Du hast halt ein Main Gold, ein zweites Gold und ein drittes, aber das dritte ist meistens ein bisschen weiter weg. Also eigentlich wäre es echt gut. Chopper. Bullen. Ready. Äh. Mach nur nach. Das da, das da. Das ist stark. Jetzt. Mandatoren. Bullen. Ready. So, warte. Mandatoren. Du kommst mit. Machst da einen Turm. Bullen. Weil jetzt ist da gerade echt ziemlich gut, die Möglichkeit da einen Turm hinzusetzen. Äh. Du kommst auch mit. Yay. Du musst mich... Nee, warte, mach da erstmal unten zu. Bullen. Der Scout kommt auch ganz kurz mit, den brauchen wir zum Verteidigen. Lasst mal kurz Autoscouten weg, bitte. Ready. Der Dörfbewohner. Greeting. Dein Ernst? Na, musst du ja wissen. Yay. Bullen. Bullen. Ich will ihn. So schnell? Bullen. Der hat doch 50.000 Mal drauf gehämmert. Dein Ernst? Greeting. Yours. Bullen. Oh, ist das ärgerlich. Dann kille ich den halt, den kleinen Pisser da. Naja, verpiss dich. Oh, das war jetzt natürlich jetzt ein bisschen schade. Freddy. Mandatum. Bullen. Yay. Bullen. Mandatum. Bin ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Bullen. Greeting. Bullen. Mandatum. Oh, was für ein Bullshit, Mann. Aber jetzt haut er wenigstens vom Scout ab, weil der jetzt irgendwie... Keine Ahnung, weil wir verdaltert sind vielleicht. Freddy. Was weiß ich. Irgendeinen Grund wird er schon haben. Oh, wie ärgerlich, Mann. Yay. Bullen. So, und... Greeting. Dich. Zack. Yay. Correct. Bullen. Zack. Mandatum. Ich will ihn. Zwei davon. Greeting. Yours. Ja, komm schon. Ach, ich hab nicht aufgefasst, er hat einen Sperrkämpfer. Ja, 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 alles, alles noch ein bisschen schwierig hier. Ist egal. Es kommt alles nach und nach. Mach mal ganz kurz hier zu. Ready. Wolle. Wolle. Patal. Schön den Hill-Bonus ausnutzen. Ist zwar gerade nicht ein ganz toller Kampf, aber ich glaube ein zweiter dazu. Da müsst ihr eigentlich den Kampf gewinnen. Mandatum. Bullen. Yay. Ready. Schopper. Dich. Dich. Mandatum. Equillen. Bullen. Ready. Geht's durch der vier Stein dran. Gut. Bullen. Yay. Correctus. Bullen. Greeting. Ist egal. Pass, pass, pass. Nein, er kämpft bergauf. Er kämpft bergauf. Mandatum. Du Pfeife, Alter. Yay. Correctus. Ja. Bullen. Correctus. Renn. Yours. Bullen. Yay. Correctus. Bullen. What? Wuuuut. Bullen. Yours. Willen. Bullen. Yay. Correctus. Bullen. 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 Nicht bauen. Du sollst ihn aussperren. Bullen. Ja. Das ist auch okay. Bullen. Was für eine Katastrophe, Mann. Ready. Yes. Bullen. Ready. Bitt. Yay. Wobei, erst mal Holz ist. Das ist eigentlich tatsächlich besser. War nur so ein Gedanke gerade, aber ist echt egal. Ready. Yes. Correctus. Uff. Yes. Ich weiß, was jetzt machen wir den noch nicht mehr. Jetzt sind ja Bogenschützen da. Mandatum. Fatal. Yes. Mehr davon. Correctus. Willen. Bullen. Yay. Ready. So, ich brauche heute eine Schmalle. Correctus. Ich habe für nichts Holzchen. Ich habe für nichts Holz. Das ist unfassbar. Es ist immer so ein krasser Holzmangel in diesem Spechspiel. Ich will mich nur vom Gold weghalten, weil hier sind alle so eine drei Golds. Das ist eigentlich echt krass. Wenn er das nicht hat, ist der am Sack. Der muss handeln oder irgendwie, keine Ahnung, der ist im Sack. Ja, Equillen. 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 Batal. Yes. Yay. Yay. Fight. Yay. Yay. Batal. Yay. Yay. Batal. Freddy. Equillen. Machen wir so, gar kein Problem. Noch einen zweiten Turm ganz kurz. Der ist besser. Weil Plankler, die sind natürlich doch ein bisschen nervig. Reder Equillen. Yes. Zack. Equillen. Kein Goldbüscher. Ich habe vergessen, Ritterzeit zu machen. Schade. Yay. Yay. Yes. Mandatum. Mandatum. Equillen. So, auch den. Aber er baut Soldaten. Das muss man ihm lassen. Fatal. Ganz kurz ihn killen gehen. Yay. Yes. Equillen. Yes. Yes. Alter, der macht ganz schön viele von den Planklern. Wo will der denn hin? Ready. Yes. Batal. Fight. Batal. Batal. Mach kaputt. Perfekt. Ready. Den auch killen. Super. Yes. Reder Equillen. Also seine... Die Winster sind schon ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Yes. Fight. Yay. Griechen. Golden. Mandatum. Das haben wir. Gold müssen wir ihm verwehren. Weil er kann keine Goldunits bauen. Das merkt man auch ganz gut. Mandatum. Reder Equillen. Ja. 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 Warte. Nicht vergessen. Das und das machen. Äh. Goldschneider Steinsteller. Passt. Mandatum. Equillen. Ja. Ready. Ja. Equillen. Ja. Ja. Yay. Golden. Zack. Und dann lasst er bitte. Ja. Batal. Fight. Drei neue Dorfbewohner bitte dahinten. Greaton. So du machst schonmal dein neues Lager Ding ins Reihen. Ready. Mandatum. Ja. Equillen. Yay. Golden. Golden. Fatal. Nein nein. Warte, warte, warte. Erstmal Anbruchsschützen. Mandatum. Golden. Golden. Botkin Pfeil. Danach ein Handkarren. Wir haben fast 40. Das passt. Äh. Und die Bogensäge. Die ist wichtig. Da brauchen wir Nahrung für. Jungs, beeilt euch bitte kurz. Kommt schon. Gebt Gas. Danke. Yay. Equillen. Golden. Yay. Griechen. Equillen. Golden. Ready. Golden. Golden. Das sollte erst mal reichen. Kommt schon. Nahrung, Leute. Bitte. Nur ein bisschen. Vier. Danke. Mandatum. Equillen. Yay. Yes. Also geht mir nichts auf den Sack. Bin ich ehrlich. Yes. Equillen. So. Fatal. Ups. Ups. Yes. Equillen. Beide. Yay. Equillen. So ist schön. Fatal. Yay. Nee, ich hab nicht aufgepasst. Ready. Yes. Golden. Yay. Bullen. Chopper. Zack. Mandatum. Yay. Bullen. 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 Zack. Zack. Alles kein Problem. Yay. Die Forschungen haben wir. Sehr gut. Mandatum. Du machst bitte ganz kurz. Erstmal alles durchklicken. Kein Problem. Ready. Bullen. Firm. Yay. Yes. Ready. Bullen. Zack. Mehr davon bitte. Ready. Yay. Wunderschön. Yay. Yay. Yes. Yay. 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 Schieß ruhig wieder auf ihn. Hat's recht. Ups. Yay. One-Shot. Yay. Greaten? Ich tisch wieder Holz. Ihr gebt mir so oft den Keks mit diesem bekackten Holz. Ready. Bullen. Ich baue einfach zu viel. Es ist einfach unfassbar. Yay? Yay. Yay. Beide ist schon die ganze Zeit rum. Das ist ja schön zu wissen. 300 Holz. Ja moin Junge. Okay. Könntest du endlich diesen Turm abschließen hier bitte? Ohne Witz. Äquilin. Yes. Ready. Yay. Fatal. Yes. Äquilin. Äquilin. Mandatum. Mandatum. Bullen. Yes. Chopper. Ready. Äquilin. Bullen. Chopper. Also Holz ist echt schlimm. Äquilin. Bullen. Chopper. Die ist aber auch schon komplett geforscht eigentlich, ne? Wir müssen auch noch das hier machen, dass die Felder kurz ein bisschen länger halten. Yay. Yes. Ready. Yay. Lol. Er hat unten einfach Dings gebaut. Alles klar. Beide. Äquilin. Yay. Fatal. Äquilin. Yay. Yes. Äquilin. So. Äh. Mandatum. Yay. Mandatum. Yay. So. Ready. Du machst mir bitte ganz kurz gleich den hier, wenn ich Holz hätte. Boah, ich kaufe mir jetzt gleich Holz, Alter. Ohne Witz. Das kann doch nicht mehr. Ready. Ich habe so einen krassen Holzmangel. Oh, achtet Gold. Äh. Ne, pass auf. Ich mache jetzt ganz kurz den hier. Bullen. Oh, einen Ritter macht der. Interessant. Dann lassen wir mich mal ganz kurz da oben alleine. Jede Burg hier setzen wäre auch schön fein. Deswegen würde ich dann ganz kurz gerne ein paar Leute mitnehmen. Yay. Dich. Yay. Yay. Bullen. Yay. Fatal. Äquilin. Fight. Yay. So. Fein. Fatal. Gut. Fatal. Gut. Ja. Deswegen wollte ich Ballistiker haben, aber hey. Wer braucht schon Ballistiker? Ich mache halt nochmal ganz kurz einen. Äh. Ich möchte mal ganz kurz nach dem Marktplatz. Bitte, Jungs, Mädels. Bullen. 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 Chopper. Mandaten. Bullen. Klasse, komm mal wieder. Fatal. Yay. Okay, unten sind wir gerade ganz schön viele Plankler. Yay. Mandaten. Equilin. Yay. Mandaten. Fatal. Yay. Jetzt wird die Scheiße kaputt da. Langsam ist der nervig. Wohnt eigentlich das ganze Gold hier, jetzt mal ganz im Ernst. Yay. Mataten. Equilin. Yes. Matal. Der müsste so im Sack sein eigentlich. Ready. Wo geht die denn dann? Weißt der? Yes. Ready. Yay. Bullen. Mandaten. Das ist eine sehr gute Position. Mandaten. Equilin. Noch nicht bei Onions. Greaten. Bullen. Ready. Yes. Matal. Equilin. Yay. Yes. Equilin. 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 Ballistik wichtig. Das ist das wichtig. Ich sag da nichts zu. So, mehr davon bitte. Jetzt haben wir mal Nahrung zu viel, aber zu wichtig ist. Also Holz ist echt ein Problem. Ich muss viel mehr in Holz gehen. In der Zukunft. Yes. Equilin. Bein. Fatal. Ready. Yes. Fatal. Yes. Equilin. Haben wir schon geforscht, aber perfekt. Wenigstens das. Yes. Fatal. Yes. Bein. Yes. Ready. Equilin. Equilin. Fatal. So, wenn die Burg fertig ist, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schmalen, so wie... Ich sag mal entspannter. Fatal. So, du kannst schmal da unten rammen gehen. Äh, hier, ein bisschen Nahrung verkaufen, ein bisschen Holz. Jetzt haben wir es ja endlich. Ready. Equilin. Ja, der wird sterben. Schade aber auch. Er hat sich vom Feld getrennt. Yes. Yay. Equilin. Yay. Fatal. Fatal. Das Gebäude verfällt. Danke. Fight. Fatal. Mandatum. Ready. Yay. So. Mandatum. Yes. Equilin. Fatal. Yes. Zack. Yay. So, schön die Holzlein hier durchtrennen. Ready. Mandatum. Fatal. Du gehst da hin. Yay. Equilin. Yay. Yes. Mandatum. Sieht gut aus. Schön den abschießen. Perfekt. Yay. Die Holzlein haben wir. Fatal. Equilin. Yes. Yay. Equilin. Fight. Und zack. Yay. Yay. Ready. Yes. Aber kurz zurücklaufen bitte. So. Yes. Dagegen hermannen. Yay. Fatal. Yay. 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 Not schießen. Das vom Dorfzentrum. Yay. Yay. Mandatum. Yay. Equilin. Equilin. Yes. Zack. 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 Equilin. Zack. Zack. So. Lass mal ganz kurz gucken. Direkt hier Armschutz. Das kann nicht dein Ernst sein. Machen wir noch ein bisschen Holz weg. Äh. Defensive. Architektur direkt machen. Und ne Chemie zuerst. Dann Architektur. Yay. Yay. Equilin. So. So die ganze Holzlein ist auf jeden Fall kaputt. Mandatum. Fatal. Yay. So. Du kommst zurück nach Hause. Zack. Mehr davon. Jetzt haben wir aber lässt ihn schützen. Schönes Ding. Fatal. Fatal. Und er wird weggesnipet. Perfekt. Und die Reichweite einfach köstlich. Mandatum. Und er gibt auf. So. Yay. Aber man merkt tatsächlich, das muss man echt lassen. Die Schwierigkeitsgeräte sind eigentlich echt nice gemacht. Also man merkt tatsächlich einen stetigen Anstieg der Schwierigkeit tatsächlich. Normalerweise bei Strategiespielen merkst du es halt nicht so gut, dass die es gut gebalanced haben. Aber hier merkst du wirklich, wie sanft die von der Schwierigkeitsstufe echt so Stück für Stück nach oben gehen. Das ist jetzt nicht irgendwie so boom tausendmal schwerer oder du merkst keinen Unterschied, sondern du merkst tatsächlich einen Unterschied und es ist wirklich immer nur so ein Stück mehr. Ich vergleiche mal so die drei Runden bis jetzt. Das ist echt gut. Gefällt mir. Aber die Briten ist auch ein nices Volk, muss ich sagen. Gerade mit den Bogenschützen so. Nett. Aber der hat ganz schön gut Gold gewirtschaftet, dafür, dass er keinen Goldzugang hatte quasi. Aber ich muss echt gucken, also irgendwann so in 100 Folgen oder so, dann geht es hier, weißt du, so a la Hera. Ja, nee. Ich hoffe nicht, dass ich so krass, äh, ich sag mal übertreibe. Naja. Cool, 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 cool. Und man sieht es auch alleine in den Kills. Wird schon deutlich anders. Aber ich sage, danke schon fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.